Hallo und herzlich willkommen aus Obertrauen. Wir befinden uns gerade auf Trainingslager. Wie ihr seht, stehen wir auf der Laufbahn. Wir hatten gerade vorher eine sehr harte Trainingseinheit, aber bevor wir dieses Video gestartet haben, waren wir noch auslaufen. Aber warum waren wir eigentlich auslaufen? Es fällt uns immer öfter auf, dass wir eigentlich nach jeder Trainingseinheit noch einmal bewusst auslaufen. Bei vielen Läufern sehen wir aber, dass darauf eben verzichtet wird. Doch warum auslaufen jetzt so wichtig ist und was es für deine nächsten Trainings für positive bzw. auch negative Effekte haben kann, das zeigen wir dir genau jetzt. Ihr kennt das doch sicher alle, wenn ihr eine harte Trainingseinheit hattet, dass nach dem Training eure Beine einfach richtig schwer sind und ihr euch am liebsten einfach irgendwo hinlegen würdet und dort mal liegen bleiben würdet. Und der Grund, warum sich eure Beine so schwer anfühlen, ist das Lactat. Und dieses Lactat gilt es nach dem Training wieder abzubauen. Und das geht eben am besten durch das lockere Auslaufen. Einfach 10 bis 15 Minuten wirklich langsam und locker laufen, sodass es wirklich nicht anstrengend ist. Und einfach, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, ein bisschen plaudern, nochmal das Training Revue passieren lassen, analysieren, ob es gut oder schlecht war. Und wenn man sich dann eben diese 15 Minuten ausgelaufen ist, dann wird man merken, die Beine fühlen sich schon deutlich besser an. Und dasselbe wird man auch am nächsten Tag dann merken. Denn wenn ihr jetzt nicht auslaufen gehen würdet, dann würde sich das Lactat in den Muskeln einlagern und ihr würdet am nächsten Tag die klassischen schweren Beine bekommen. Wenn ihr eben schwere Beine vermeiden wollt, für die nächste Trainingseinheit, dann müsst ihr eben laufen gehen. Man kann sagen, pro Minute wird ungefähr ein halbes Millimol Lactat abgebaut. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel 7 Millimol hattet nach eurem Training, dann müsst ihr eben 14 Minuten auslaufen quasi. Aber ganz langsam und nicht so schnell. Wenn ihr jetzt aber nicht eben wisst, was euer Lactat ist, von dem ich jetzt eben ausgehe, weil nicht jeder tut andauernd Lactat messen, dann geht ihr eben, wie der Flo schon gesagt hat, einfach 10 bis 15 Minuten auslaufen. Auslaufen hilft auch noch, den Körper herunterzuholen, wieder zu entspannen und den Puls zu stabilisieren. Also quasi so eine Art Cooldown-Phase. Und einen Vorteil hat das Auslaufen auch noch. Wie es der Tom schon gesagt hat, kommt euer Körper wieder auf den Normalzustand zurück. Das heißt, der Körper wird wieder auf die normale Temperatur zurückgekühlt, weil es ist ja logisch, wenn ihr ein hartes Workout hinter euch habt, dass der Körper sich erhitzt hat und somit ein bisschen wärmer ist als sonst. Das heißt, die Temperatur geht wieder ein bisschen zurück, der Puls stabilisiert sich wieder im Normalbereich und auch der Blutdruck geht wieder zurück. Und einen Vorteil gibt es noch, nämlich, dass beim Auslaufen die Muskeln nochmal durchblutet werden und wenn man ein bisschen sich auskennt, dann weiß man, dass wenn Muskeln durchblutet werden, diese besser regenerieren können. Das ist zum Beispiel bei einem Kompressionssocken dasselbe Prinzip. Der Muskel wird komprimiert und dadurch besser durchblutet. Und somit verkürzt man auch die Regenerationszeit und man ist schneller fürs nächste Training wieder fit. So einfach kann es sein. Einfach noch ein paar Minuten nach einer Einheit oben drauflegen. Dauerläufe, da braucht man nicht unbedingt das Auslaufen. Hier kann man zum Beispiel Abläufe machen, aber dazu mal später mehr. Also einfach nur ein paar Minuten gönnen dem Körper nochmal richtig runter zu kommen. Also plant bei eurer nächsten Trainingseinheit einfach 15 Minuten mehr ein. Dann geht sich auch das Auslaufen locker aus und ihr werdet sehen, ihr werdet euch beim nächsten Training einfach viel frischer und besser fühlen. Versucht es doch einmal und schreibt dann unten in den Kommentaren euer Feedback zum Auslaufen für uns nieder. Und wir werden mal schauen, was da so unten sich für Kommentare sammeln. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin, viel Spaß beim Laufen.